Ja, hallo Leute, grüßt euch, hier spricht Ouroboros und heute wollen wir uns mal wieder paar Dinge anschauen, die in den letzten Tagen rausgekommen sind, beziehungsweise neue Thematiken, die bei Pravda.tv veröffentlicht worden sind. Und wie ihr wisst, versuche ich meine Meinung darüber zu sagen und da wollen wir direkt anfangen Leute, es sind wieder einige interessante Themen dabei und da wollen wir direkt anfangen und zwar, lass uns erstmal schauen, was es hier Neues gibt, die Blutlinien der Anunnaki Götter, ihr wisst ja selber, das hat wieder mit diesem ganzen Planeten Nibiru zu tun, ihr kennt ja die ganzen Geschichten, das hat ja auch mit Sachian Sitchin was zu tun, der in seinen Büchern geschrieben hat, dass es unter den zwölften Planeten existiert, die er natürlich als Nibiru bezeichnet hat und dass von diesem Planeten sozusagen irgendwelche Außerirdische auf die Erde gelandet sind, den Menschen erschaffen haben und somit existiert der Mensch dank dieser sogenannten Götter. Ich frage mich jedes Mal, warum man diese Geschöpfe, die auch Sterbnis sind, Götter bezeichnet oder so ist, da kann ich auch nicht darauf viel sagen, warum ausländische Götter sein sollen. Aber wie gesagt, hier geht es aber darum, dass diese sogenannten Anunnakis bestimmte Kreuzungen mit menschlichen Spezien durchgeführt haben und dass die sogar angeblich mit irgendwelchen menschlichen Frauen sexuellen Kontakt gehabt haben sollen, aus deren Kindern sozusagen, Mischwesen sind die heutigen Könige, reiche, geheimnisvolle Menschen, die halb Mensch, halb von diesen sogenannten Außerirdischen herstammen sollen. Es ist schon interessant, dass so diese Blutlinien, was man sagt, sollen ja sozusagen, man sagt ja nicht umsonst, dass die Könige blaues Blut haben oder dass die bestimmte Eigenschaften haben, also nicht menschliche Bezüge in den Bereichen, dass sie zum Beispiel Blut trinken oder Menschenfleisch fressen, weil sie ja halb Echsen wären, Reptiloide. Jetzt kommen wir wieder dazu, diese sogenannten Anunnakis, die waren jetzt hier nicht blond, blau, weiß ich was, es waren Reptilien, Leute. So jedenfalls wird das beschrieben und wenn man sich die alten Kulturen anschaut, sage ich mal, alte Kulturen, zwei Spiele, asiatischen Bereich, Raumbereich, sage ich mal, da sind Statuen von Reptilien, muss man sich mal vorstellen, Reptilien mit Menschen zusammen, die zusammengezeigt werden und da fragt man sich natürlich auch, könnte was dran sein, weil diese ganzen chinesischen, japanischen, koreanischen Königshäuser, die sagen wir selber, dass die von diesen, nicht menschlichen Spezies herstammen, das heißt, von außerhalb, deswegen nennt man diese asiatischen Könige immer Söhne des Himmels oder Götter ähnlich, das heißt, das ist genau so wie diese heutige Zeit England, die Königin Elisabeth, wird ja sozusagen auch als göttliches Wesen dargestellt, auch wenn man das sage, das natürlich als Scherz aufnimmt, aber viele glauben wirklich, dass diese Wesen nicht menschlich sind, das ist schon für meiner Meinung nach schon interessant und es ist durchaus möglich, dass an diesen Thematiken, sage ich mal mit Anunnaki oder was weiß ich, was durchaus was sein könnte, Leute, das weiß, ob die jetzt wirklich von einem anderen Planeten kommen, ob es wirklich außerirdische sind, das haben wir erstmal eingestellt, auf jeden Fall scheint sich jungen Spezies zu handeln, die auf jeden Fall nicht menschlich sein kann, Ausführungszeichen, ne. So, da gehen wir weiter, also sehr interessante Thematiken, die schon Jahrzehnte alt ist und man kommt immer wieder auf diesen Thematiken, warum auch immer, Leute. Jetzt wird es immer noch interessanter, das ist noch so eine alte Schinken, sage ich mal, immer wieder aufgewärmt, das heißt Antarktis, da soll eigentlich ein Loch sein und diese ganzen Geschichten fingen damit an, dass hier, wo die Satelliten wieder in den 70er Jahren, 80er Jahren so richtig hochgeschickt worden sind, mit modernen Kameras, dass man dann angeblich, ich sage immer angeblich, am Südpol ein Loch gefunden haben soll oder fotografiert werden soll und dieses Bild wurde dann von irgendeinem, ja, Zeitschrift veröffentlicht, da fragt man sich natürlich auch, wie kommt einfach so ein, ja, so ein Mainstream oder ein Verschwörungsmagazin überhaupt an solche Bilder dran, ne. Ich meine, die werden ja nicht so dumm sein und dann noch hier das Geheimnis dieser Welt, Ausführungszeichen, den Menschen zeigen, ne. Also schon manchmal sehr krass, was es hier für Sachen gibt. Und ich gehe mal davon aus, dass es eher solche Lügen sind, um den Menschen, wie ich schon gesagt habe, etwas vorzumachen, dass die Erde eine Kugel wäre, vielleicht ist die eine Kugel, aber der Ort, in dem wir leben, ist ein kleineres Gebiet auf etwas, ob es rund, gerade mich noch mal hier hingestellt. Jedenfalls, ich gehe davon aus, dass wir unter einem Kuppel leben, Leute, das heißt ein geschlossenes System, wo man bestimmte, ja, Ausgänge gibt, die natürlich bewacht werden, natürlich nicht für, äh, für Menschen, die jetzt, sagen wir mal, ja, Untersuchung machen wollen und sagen wir mal, wir hätten überhaupt keine Chance in den Antarktis, wenn es das geben sollte oder ins Mordbrot zu kommen, ne. Das heißt, wenn wir im Fernsehen sehen, ja, der war da gewesen, der bestimmte Forscher war da gewesen, aber da sind natürlich alles noch billige Lügen, Leute, weil diese Gebiete sind von, ich glaube nicht mal, dass das von Menschen irgendwie abgesperrt worden ist, sondern, dass es einfach ein Ort ist, wo der Mensch selber überhaupt gar nicht hin darf, sage ich mal, von jemand anderem, äh, befohlen, dass kein einziger Mensch den Fuß da überhaupt betreten darf. So gehe ich mal davon aus, ob die Antarktis wirklich als Kontinent gibt, bezweifle ich aber, richtig, Leute, weil, wie ich gesagt habe, die Erde ist nicht, ach so, jedenfalls nicht so, wie die normalen, flachen, alle sich das vorstellen, sondern wir leben auf einer flachen, kleinen, runden Ebene, sage ich mal, äh, auf einem künstlichen Gebilde, sage ich, und da drüber ist eine eine energieische Kuppel, unter diesem Kuppel existieren wir, Leute. Ob wir jetzt hier künstliche Wesen sind, Simulationen sind, spielt jetzt hier keine Rolle, weil wir interessieren uns erstmal, was es für neue Nachrichten gibt, die in letzter Zeit hier wieder auftauchen, Leute. Also, Antarkt ist sehr interessant, das Thema allgemein, das hat ja auch in der Verbindung mit, äh, Admiral Byrd zu tun, mit der, äh, ja, 40er Jahre Forschung, wo die mit Nazis und solche Sachen, also das ist ein sehr, sehr weitflächiges Thema, muss ich so sagen, ne, also, da weiß man auch nicht, was wirklich Wahrheit ist oder nicht Wahrheit ist, dann gibt's dann irgendwelche Tagebücher von Admiral Byrd, wo er dann, äh, behauptet, äh, der hätte dann dieses, äh, sogenannte Loch, was ihr habt, den Bild seht hier, äh, mit seinem Flugzeug, äh, reingeflogen, dann hätte er dann irgendwie, äh, Entschuldigung, ich habe noch ein bisschen Erkältung, äh, der wäre reingeflogen und dann hätte er eben so eine Zivilisation, die da gelebt haben, mit denen gesprochen und die hätten denen gesagt, ja, ihr sollt aufhören und mit diesen ganzen Atombomben und was weiß ich, was das für ein Schwachsinnige Mist war, dass er da war, dass er in diesem Eisring, sag ich mal, dass er da war, ist auf jeden Fall bewiesen, Leute, ihr wisst ja selber, es gibt sogar Aufnahmen, wo man ihn und tausend Soldaten, Panzern und Kriegsschiffen, äh, am Südpol aus dem Zeichen waren und da haben die gegen irgendjemanden gekämpft und die haben verloren und mussten sich zurückziehen, so was heißt das denn jetzt, was waren, dass jetzt die Nazis, die ja auch, wo es Gerüche gibt, dass die auch am Südpol, äh, Stationen haben, haben die gegen die gekämpft, aber da fragt man sich natürlich, ob da überhaupt was dran sein kann, oder haben die etwas entdeckt, was sie nicht entdecken sollten, und zwar die Anlage, wo diese ganze Kuppelanlage sozusagen, äh, ihre technischen Anlagen da stehen, von wem auch immer, ne, das ist auch möglich, aber wie gesagt, die versuchen immer, irgendwelche Geschichten, äh, ja, zu veröffentlichen, sag ich mal, von einem Diebstleet oder von den Illuminaten oder, beziehungsweise von den Herrschern der Welt, die versuchen, die Menschen sozusagen blind zu halten, damit die ihre Vorteile nicht verlieren, Leute. Interessantes Thema, das muss ich sagen, aber, ja, Beweise, 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 sag ich mal immer so, ne, Politik ist nicht unbedingt der Fall, was ich unbedingt sagen muss, schon wieder Politik, haben wir schon mal früher darüber geredet, Leute, ihr müsst immer nicht alles glauben, was wir in den Medien zeigen, macht euch selber Gedanken darüber, das ist ja so ein interessantes Thema, britische Astrophysikerin, wie man in wenigen Tagen 100 Jahre in die Zukunft reisen kann, ja, das ist wieder so eine Thematik, was mich sehr interessiert, ja, nach meiner Idee, nach meiner Theorie, ihr wisst ja selber, ich gehe davon aus, dass wir in einer Zeitschleife leben, aber diese Zeitschleife hat nur mal sein eigenes, ja, eigenen Plan, sag ich mal einfach so, das heißt, wir werden ja belebt, sag ich mal, indem man alte Videos kennt, ihr müsst dann einfach, ich sag mal ganz einfach, ihr müsst euch mal vorstellen, wir sind jetzt auf einem, ja, Festplatte gespeichert, ich stelle euch mal einfach so eine Festplatte vor, in dem alles gespeichert ist und irgendeine Energiequelle belebt, dieses gespeicherte Daseinsform, das ist wie so, ja, so eine Art Videokassette, in dem alles schon abgespielt ist, dann kommt das am Videorekorder, wird einfach Play gedrückt und das Ganze hier läuft ab, bis das endet, bis die Geschichte endet und dann fängt der Film sozusagen von vorne, so ist meine Theorie einfach ausgesagt, wo ist das ein bisschen kompliziertes, klar, aber einfach ausgedrückt, wie ich euch gerade gesagt habe, da fragt man sich natürlich auch, wer oder was kann denn überhaupt jetzt aus der Zukunft in diese sogenannte Gegenwart kommen, wenn die Zukunft erst nicht entsteht, weil die Zukunft ist schon fest da, Leute, aber die Energie belebt nur die Leuten, was sich Gegenwart nennt, das heißt, das ist wie so eine Videokassette, wenn der Film jetzt in der Mitte ist, kann jetzt nicht am Ende des Films, sagen wir mal, welche Gestalten jetzt hier genau in dem Punkt kommen, wo gerade belebt ist und das ist ja das große Problem, wenn sie man es in Zeitreisen, weil auf einmal kommen die da hin, ja, wenn es Zeitreisen gibt, muss halt doch alles schon passiert sein, das heißt, der Anfang und das Ende müssen ja schon geschehen sein, damit man überhaupt von der Zukunft in die Vergangenheit oder was weiß ich wohin reisen kann, also versuchen die dann mit irgendwelchen blöden Tricks mit Paralleluniversen, mit irgendwelchen anderen Dimensionen, das heißt, das ist ja noch blöder als das normale Zeitreisesystem, ne, das würde ja bedeuten, das würde ja bedeuten, dass es von dieser, ja, Zeitschleifer, von dieser Simulation, wir müssen ja 100 Millionen, 1000 Fach geben, das heißt, jede Bewegung, jede Ja und Nein, äh, Ding, die jetzt, sagen wir mal, hier gesprochen wird, muss woanders, in anderen Dimensionen, in anderen Paralleluniversen, ja, muss ja anders sein als hier, oder wenn hier der dritte Weltkrieg war, war woanders, vielleicht nicht, vielleicht gab es ja noch Kometeneinschläge, Dorothee, nicht, steht auch, ich meine, es ist einfach Schwachsinn, Leute, hier wird etwas den Menschen was vorgemacht, ich glaube, wir sind Paralleluniversen, wir sind weniger, ich glaube, hier läuft was anderes ab, und wenn ihr mal in den letzten Videos gesehen habt, wo ich euch gesagt habe, dass es hier von diesen sogenannten Doms, flache Erdendoms, dass es hunderte, vielleicht sogar tausend gibt, so nach Wabenerde, wo verschiedene Kuppelanlagen hier miteinander verbunden sind, wo es einfach am Ende um Energien geht, Leute, das heißt, ihr selber, die hier drin seid, habt die Möglichkeit, auch wenn ihr erstmal ganz blöd, sich das anhört, ja, ich bin hier als, ja, sagen wir mal, als Nahrungsmittel für irgendwelche dunklen Wesen, die wo wir abgezapft werden, aber ihr müsst euch doch eines vorstellen, es gibt eine Möglichkeit, hier rauszukommen, Leute, es gibt eine Möglichkeit, und wenn ihr meine letzten Videos gesehen habt, hier, wo ich euch gezeigt habe, dass diese ganzen Symboliken mit Jesus, dass er, dass er hier den Weg des Menschen vorgibt, das heißt, ihr müsst den Weg folgen von dem Jesus, ihr dürft jetzt nicht hier religiös irgendwie was vorstellen, was ich würde sagen, sondern es ist einfach eine symbolische Aufzeichnung, wie ihr hier erlöst werden könnt, und dafür müsst ihr natürlich einige Dinge machen, die natürlich nicht so schön sind, aber, aber die Möglichkeit besteht, und demnächst, demnächst wird ein richtig geiles Video von mir kommen, Leute, wenn ich so sagen darf, und zwar geht es hier um die Entrückung, also ich versuche jetzt hier mal so ein bisschen professioneller dieses Video zu machen, das heißt, nicht das, was ihr jetzt hier gerade seht, einfach hier herumquatschen, sondern ich versuche mal so ein Video darüber zu machen, dass ihr auch versteht, was ich überhaupt meine, das heißt, das wird ein bisschen länger dauern, bis das Video rauskommt, aber ich glaube, das wird euch auch sehr interessieren. Kommen wir zum Thema, Astrophysikerin, ich glaube, du hast du nix da falsch, selbst wenn sowas geben würde, Zeitreisen, dann müsste es schon die Zukunft, was hier passiert ist, dann müssten wir ja eigentlich schon alles wissen, und das bringt ja alles selbst nichts, das heißt, wenn die Zukunft der Menschen wissen, was hier passiert ist, könnten ja, sagen wir mal, die Verbrecher da, die, sagen wir mal, nicht unbedingt hier Gesetzfolgen hier hinkommen, irgendjemanden ausradieren, dann wäre die Zukunft wieder direkt geändert, also warum tun die das dann nicht, warum gehen die nicht da hin, in den Zweiten Weltkrieg umbringen, den Adolf Hitler um, sage ich mal so einfach, dann hätte es keinen Zweiten Weltkrieg gegeben, und das alles hier wäre komplett was anderes, und da fragt man sich natürlich, wenn die Geschichte aber schon gewesen ist, dann ist die Idee, kann man das denn überhaupt ändern? Kommt einer aus der Zukunft, bringt jemanden um, aber ist das vielleicht extra, dass er hinkommt, um den umzubringen, weil das schon so geschehen soll, dass das schon mal vorbestimmt ist, das sind wieder solche Dinge, die wie darum geht, ob der Mensch einen freien Willen hat, denn nochmals, wenn Zeitrasen existieren, so wie die das hier behaupten, weil ich selber nicht glaube so, jedenfalls nicht so, wie die jetzt hier beschreiben, dann existiert kein freien Willen, Leute, so blöd sich das anhört, und in meinen alten Videos habe ich euch auch schon mal gesagt, dass diese freie Wille hier auch nichts anderes ist als eine Vision, Leute, wie nochmals, ich denke an diese Leute, die jetzt in diesem Videoband oder Blu-ray drin sind, glaubt ihr wirklich, die haben einen freien Willen, oder ist die Zeit bzw. Film so geschnitten, dass das Anfang und Ende schon bestimmt ist? Das Drehbuch ist schon geschrieben, und zwischendurch kann der Drehbuchautor zwischendurch irgendwelche Sätze oder was einfügen oder rausschneiden, aber nur er kann das, also das heißt, die Schauspieler bzw. die Darsteller natürlich nicht, ne? Ihr versteht was ich meine. So, kommen wir weiter, Leute, also wie gesagt, ein interessantes Thema, und wenn ihr euch mehr dafür interessiert hier über Zeitreisen, schaut euch meine, ja, das sind natürlich nicht unbedingt hochprofessionelle Videos, muss ich auch sagen, ne? Weil mir ist ja immer so, Leute, wenn ich jetzt hier von der Arbeit nach Hause komme, hab was im Kopf, versuche jetzt hier meine Vorstellungen, meine Ideen jetzt hier in diesem, natürlich nicht unbedingt hier professionelle Videos hier reinzubringen, damit ihr vielleicht mal ein bisschen euren Vorstellungen mit mir teilen könnt. Darum mache ich das hier. Ihr sollt einfach mal wissen, vielleicht mal, wie die Welt wirkt sein kann, und nochmals, wie das zeigen kann, ich sage ja nicht, dass das jetzt hundertprozentig stimmt, was ich genau jetzt erzähle, aber macht euch Gedanken, und dann werdet ihr sehen, dass das Spaß macht, das Ganze hier. Kommen wir weiter, Leute, also wie gesagt, ein interessantes Thema, so was haben wir jetzt noch hier, das ist wieder irgendwie so eine Politik, die gehen davon aus, dass hier, die versuchen angeblich hier diesen Great Reset hier reinzubringen, in dem die versuchen, die weltweite Lebensmittelproduktion Stillstand zu Stillstand zu bringen, damit die Menschen sozusagen verhungern, dass die in so eine Art Krise kommen, dass die dann, naja, dass die versuchen, den Politikern sozusagen reich zu krischen, damit die was tun, und dann kommen die da ein, wie ist da was, wenn man jetzt ein Great Reset, jeder Mensch kriegt jetzt hier einen sogenannten Standardlohn, und kriegt der Punktesystem, wenn ihr gut seid, wenn ihr hört, was die Regierungen sagen, kriegt der Pluspunkte, wenn ihr dagegen seid, oder ihr fällt, was weiß ich wo, auf, kriegt der Minuspunkte, so wie in China ungefähr, und das haben die ja vor, und die westlichen Länder sind normal, die Menschen aus Westen sind nicht so schnell anzumachen, wie, sagen wir mal, bei den Asiaten, die Asiaten sind natürlich ein bisschen höriger, als die westlichen Leute, sag ich mal, ne. Ob da was da dran ist, kann ich euch nicht sagen, aber ihr könnt euch ja selber darüber ein bisschen im Internet nachforschen, Leute. Politik, Politik, das ist ja wieder was Interessantes, den Dämonen beschwören, künstliche Intelligenz, der Karte ist und die Gehirnbewusstseinsverbindung, das ist natürlich interessant, ich glaube ja, dass es hier davon, ich glaube, da geht es hier wieder um künstliche Intelligenz, und ob die künstliche Intelligenz überhaupt in der Lage ist, einen eigenen, freien Willen zu gestalten, aber da fragt man sich natürlich, hat der Mensch allgemein selber einen freien Willen, dann ist das natürlich ein bisschen dumm, wenn man solche Sachen jetzt hier versucht, ja, zu entretzen, oder so. Ein künstlicher Intelligenz ist genauso wie ein menschliches Bewusstsein, es hat einfach hier Reaktion gegen Reaktion, sonst muss man nicht mal über die Zeitschleife rennen, sondern wenn es so jetzt hier normal wäre, das heißt, wenn man diesen künstlichen Computer die Information füllt jeden Tag, dann gibt es so, das heißt, Frage, Antwort, Frage, Antwort, und das sind eigentlich die gleichen Dinge, das ist ja eigentlich auch wie bei uns Menschen, wenn man auf der Straße mit Menschen reden, oder mit Kollegen, oder mit Freunden, das ist halt dann das Gleiche, so wie wenn ein künstlicher Intelligenz mit einem redet, was macht man mit einem Kumpel, oder mit Freunden, oder mit Familie, man redet mit denen, kriegt eine Antwort, und macht man eine Gegenantwort, man redet über bestimmte Dinge, und es ist ja auch nichts anderes, als eine Art künstliche Intelligenz, was wir sind, würde ich mal fast sagen, aber interessant, sage ich mal. Kommen wir mal weiter, wird immer noch interessanter. Die Erde ist von einem großen Netzwerk geheimer Tunnel durchzogen, das ist durchaus möglich, ich habe euch in meinem alten Video schon mal gesagt, dass ich ja davon ausgehe, dass wir in so einer Art Kuppel leben, und von diesem kuppelähnlichen Gebilden gibt es ja, was weiß ich, hunderte, vielleicht sogar tausende, da kann ich euch jetzt nicht genau sagen, und dass diese ganzen flachen Erdesysteme miteinander verbunden sind durch Tunnel, das heißt ja, wer weiß, was wirklich dahinter steht, das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn, das heißt, die haben die Möglichkeit, durch die ganzen Kuppelanlagen hin und her zu reisen, ohne dass einem Mensch jemals auffällt, was da passiert, das ist sehr interessant, das muss man sagen. Dann kommen wir wieder mal zur Evolutionslügen, fiktive Beweisführung, Erfundung, Erwartierung, ich habe auch schon mal da früher gesagt, dass die ganzen Geschichten über irgendwelche Evolutionen, die uns hier irgendwie was vormachen, als gelogen, betrogen ist, die ganze Geschichte stimmt von vorne bis hinten nicht, Leute, es wurden Könige, Personen, irgendwelche wichtige Leute einfach erfunden, in welchen Jahreszeiten gesetzt, die überhaupt gar nicht existiert haben, und das heißt, wir leben, was weiß ich, was für eine Jahreszeit, wie auch immer, haben sollten, auf jeden Fall ist irgendetwas, in, ja, nicht so langer Zeit, irgendwas passiert, dass die gesamte menschliche Situation ausgelöscht hat, würde man fast sagen, ne? Und von da aus, um dieses Ereignis zu vertuschen, haben die Machthaber, die natürlich jedes Mal, komischerweise entkommen sind, durch diese ganzen Katastrophen, wahrscheinlich durch die ganzen Unterricht schon bonkern, das ist ja weltweit, haben das ja, sieht man ja in unter Palästen, wo die Könige residiert haben, das sind meistens immer so komischerweise, unterirdische, verzweigte Tunnelanlagen, dass die irgendwie vor irgendetwas Angst gehabt haben, um sich zu verstecken, und diese sogenannten Könige, die Blaublüter, sag ich mal, die tauchen immer wieder auf, wenn diese komischen Ereignisse immer passiert sind, was ist dann passiert, was könnte passiert sein, Naturkatastrophen, vielleicht auch irgendwelche Dämonen, fressende Ungeheuer, die auf die Menschen fahren, sich fett fressen, und sich wieder in ihrem Tiefschlaf legen, bis das nächste Periode wieder kommt, Leute, und deswegen vielleicht auch, um die Menschheit hier immer wieder aufzubauen, damit die Könige ihre wunderschöne Leben weiterführen können, ja wer weiß, das sind natürlich alles nur Thesen, das kann man natürlich nicht beweisen, ne, also Evolution, ob es dir wirklich gegeben hat, das haben wir hingestellt, auf jeden Fall nicht so, wie die uns das hier vormachen. Was haben wir wieder? Die Prophezei, die Wiederkehr des vedischen Wissens, wer geht über die fünfte Welt? Ich glaube, da geht es wiederum, es gibt ja in diesem indischen Mythologie, zum Beispiel in den Büchern, wie die Veden, und was weiß ich, was für Sachen die haben, da geht es meistens um bestimmte Zeitalter, was es ja auch hier gibt, Leute, die reden ja von Kali Yuga, Sandhauer oder bei uns gibt es ja dieses Kupfersilber oder eisener Zeitalter, Entschuldigung, und die bauten jetzt hier, dass wir jetzt sozusagen von diesem, ja, dunklen Zeitalter des Kali Yuga in einer neuen, das heißt, in einer sogenannten goldenen Zeitalter eintreten, aber in Europa sagt man ja auch, in Wassermann-Zeitalter eingetreten, das sind die ersten Wehen, was hier passiert, das heißt, das alte Zeitalter, was hier ist, wird erst zerstört werden, die Überlebenden von allen tauchen in das goldenen Zeitalter ein, so ungefähr, ne? Ja, was soll man dazu sagen? Da sind natürlich wieder Prophezeien, ob die was da dran ist, weiß man ja nicht sozusagen, es gibt ja so Gerüchte, dass die Zeit von Cern immer wieder zurückdreht wird, auf einen bestimmten Punkt, wenn das so ist, dann wird überhaupt nichts mit diesem ganzen, nächsten Zeitalter, goldenen Zeitalter, oder es passiert etwas, dass die Zeit wieder weiter, in diese Zeitschleife weiterführt, bis das Ende kommt, Leute, und das Ende ist nun mal das, was die Satanisten, beziehungsweise die Dunkelnmärchen nicht machen wollen, und darum haben die versucht, die Zeit in einem bestimmten Bereich zu grenzen, um bestimmte Kopien von Menschen in ihrer Welt einzufügen, damit diese Katastrophe, was immer wieder geschieht, dass das ausbleibt, aber darüber, schau dich mal in alten Videos mal an, und dann versteht ihr das vielleicht mehr, was ich jetzt hier mit kurzen Sätzen sagen will. Also interessant, Prophezeiung, Wiederkehr, verschiedenen Zeitalter, warum nicht? Was haben wir hier? Ah, Gas, Energie, ist so interessant. Ah, mit Geistern gequält, ich weiß auch nicht. Ah, darüber wollen wir gar nicht reden. Politik, 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 das ist ja schon wieder was zum Lachen, sag ich mal, ehemaliger CIA-Pilot, auf dem Mond leben Millionen von Außerirdischen. Das ist natürlich interessant, also diese Theorie, wenn das stimmen sollte, wenn das stimmen sollte, auf dem Mond, was ist der Mond eigentlich? Viele behaupten jetzt hier, der Mond wäre eben so ein künstlicher Raumschiff, sag ich mal, sowieso bei Star Wars, die ja Todesstern, aber Millionen von diesen Außerirdischen, so und da eben, Warum sollten die Außerirdischen da leben, wenn die hier leben können, auf der Erde, und die können ja machen, was sie wollen. Was ist das Problem, wenn die sich hier offiziell zeigen, dann wäre das doch alles okay, aber ich denke mal, das ist wie so eine Geschichte, die erfunden worden ist, um die Menschen sozusagen sehr dumm zu halten, weil wir, also beziehungsweise die Flacherdler gehen davon aus, dass der Mond und die Zone gar nicht statt sind, was sie uns da vormachen. Der Mond ist einfach ein Leuchte, sag ich mal so, so eine Art, ja, hologrammisch würde ich es nicht sagen, aber irgendeine Art Plasma-Ding. Andere würden sogar sagen, das ist ein Ebenbild der wahren Erde, das ist einfach ein Spiegelbild von dem ist, weil wir an Plasma, energetischen Plasma-Feld, das heißt, der Kuppel besteht aus Energieplasma, so einfach ausgedrückt und die Erde, die größere Erde, auf der wir uns befinden, der strahlt sozusagen auf die Kuppel und das, was wir als Mond wahrnehmen, ist eigentlich die Erde, auf der wir sind, ja, ich weiß, hört sich total blöd an, aber wer weiß, und ob da was dran ist mit dem ganzen Außerirdischen, der auf dem Mond leben, das muss, das muss jeder für sich selbst wissen, sag ich mal so einfach. So Leute, machen wir noch ein, zwei Themen, dann machen wir wieder mal Schluss für heute. Chame Trills, ja, also, da kann man auf jeden Fall sagen, Leute, Chame Trills, die existieren, einzig was wir nicht wissen, muss man auch sagen, was die einfach in der Luft sprühen, ach, Gifte, ich weiß nicht, ob das wirklich Gifte sind, dass wir immer schon alle längst tot, oder sind das irgendwelche Stoffe, dass das Bewusstsein irgendwie in diesen Bereichen hält, weil da sind schon sehr, sehr eigenartige Dinge, die da passieren, in der Atmosphäre, alles drum dran. Einige behaupten uns hier, durch den Chame Trills versucht man sozusagen, ja, zu verhindern, dass man außerhalb dieses Plasma-Kugels gucken kann, weil sonst würden wir ja sehen, was wirklich außerhalb ist und nicht, was die uns hier vormachen, ne? Also interessant, sag ich einfach mal so. Ja, das war es schon, ja, so sehr interessante Themen gab es doch nicht, wie ich gedacht habe, ach, das ist so, wie wir diese Bilderberg haben, diese Heimgesellschaften, Freimauer, Eliminaten, Blutslinien, Blutsfamilien, Satannisten, die untereinander, ja, sich wie Familien benehmen, die die ganze Erde beherrschen, die alle Regierungen beherrschen, die alle anderen verzweigt sind, durch Blutlinien, Leute, um die Menschheit einfach hier auszurotten, beziehungsweise auszupressen, wie so eine Zitrone, so jedenfalls sagen die Verschwörungstheoretiker, ob da was da dran ist, muss das ja jeder selber wissen, sag ich mal, ne? Gibt es dann überhaupt nichts mehr Gutes? Was wird das denn jetzt hier? Ne, über dieses Thema wollen wir gar nicht reden, dann ist das Video direkt hier gelöscht, aha, also, da gibt es schon krasse Dinge, ja, da geht es wieder um die Eliten, die mit ihrer komischen vierte industrielle Revolution, wie ich schon vorher gesagt habe, die versuchen, die Menschen mit diesem sogenannten digitalen neue Welt zu verbinden, das heißt, die neue Weltordnung bezieht sich eher auf, viel auf Computer, künstliche Intelligenz, digitale Wesenheiten, das heißt, der Mensch soll mit der Technologie verbunden sein, das hört sich, ich bin ehrlich, ne, Anfangs hört sich das super an, hör mal, ich habe jetzt irgendwelche Chips am Arm oder was weiß ich hier, selbst im Gehirn eingepflanzt und ich kann ohne Brille oder was weiß ich was bezahlen, ich kann einfach Augen zuschließen, mich einfach per WLAN in andere Welten, mein Bewusstsein in andere simulieren und reinzubringen, das hört sich alles super an, aber wie gesagt, alles was Schönes hat natürlich seine Nachteile und die können natürlich einen komplett kontrollieren, die können jetzt deine Gedanken lesen, die können deine Träume ablesen, die können dir irgendwelche Sachen in deinen Kopf wieder rein downloaden, sage ich mal, das heißt, dann ist man nichts anderes als eine Art Borg, eine Art Maschine, die von einer Zentrale gesteuert wird, ob das wirklich so gut ist, weiß ich nicht, Leute, vielleicht ist das schon wirklich schon passiert, dass diese digitale Welt ja, nach meiner Theorie ist ja schon alles passiert, dass diese sogenannte vierte, in der sogenannten Revolution dazu gemacht worden ist, uns in dieser Simulation festzuhalten, das heißt, unser Bewusstsein, was wir sind, beziehungsweise was wir waren, wurde einfach in diese Simulation gedondotet, würde ich mal fast sagen, das heißt, wir wären dafür nichts anderes als digitale Wesen, die irgendwo in einem Klut gespeichert ist und das ganze Ding ja läuft ab, wie immer wieder ab, und diejenigen, die jetzt hier das alles erschaffen haben, denen geht es natürlich gut, das heißt, mit freien Willen, was die haben angeblich, oder die haben sich selbst hier runtergeladen, aber es spielt auch keine Rolle, was bringt man das denn, wenn ich immer wieder dieses Leben wiederholen muss, ohne dass ich weiterkomme und darum gibt es auch diese ganzen Systeme mit Jesus, dass man die Möglichkeit hat, diese digitale Welt, diese Simulation zu entkommen, beziehungsweise zu verlassen, dass man nicht immer wieder gefangen ist in diesem sogenannten vierten industriellen Revolution in ihrer digitalen Welt, wer weiß, das sind natürlich nur Thesen, beweisen kann man das natürlich nicht. Ja, ja Leute, ich glaube, das war es für heute, ich glaube, das Video soll noch nicht so lang gehen, aber ansonsten interessante Sachen und ich würde mal sagen, das war es für heute und bis demnächst nochmals eine Vorschau, das neue Video, was ich machen werde, das vielleicht in ein, zwei Wochen kommt, da geht es um Entrückung, das hat wieder mit der Simulation zu tun, das hat dann zu tun, was mit Jesus zu tun hat, was mit dem Planeten Nibiru, allgemein wird das ein sehr interessantes Video für euch werden und ich werde das versuchen, ein bisschen professioneller zu machen und nicht einfach hier umzuquatschen. Das war es, dann würde ich sagen, bis demnächst und tschüss.